Ist Hanna Schlöhnvogt etwa wieder frisch verliebt? Erst vor wenigen Wochen geben sie und Jörn Schlövogt das Ende ihrer Ehe bekannt. Die gemeinsame Tochter soll jedoch weiterhin im Fokus des GZSZ-Stars und des Models bleiben. Nun scheint sich Hanna aber schon neu umzuschauen. Die Influencerin wird turtelnd in Mailand erwischt und der Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter. Es ist Giovanni Angiolini, der noch bis August Moderatorin Michelle Hunziker datet. Jetzt scheint der Arzt sich mit Hanna bestens zu verstehen. Sie halten Händchen, schlendern durch die italienische Stadt und knutschen sich sogar total öffentlich ab. Bis jetzt äußern sich die beiden noch nicht dazu, aber die Handlungen von Hanna und Giovanni sprechen wohl Bände.